So, dann passen wir jetzt aber auf Leute, weil ich hab's auch noch nicht gezockt und ich würde gerne mal die Story davon wissen, weil ich weiß ja nicht, worum es da geht. Also ich weiß auch nicht, wie die Saurier in die Geschichte kommen. Wär jetzt halt krass, wenn dieses Spiel einfach den Plot meines Buches hat. Hätte ich einfach ohne zu wissen den Plot geklaut. Das wär doof. Das hoffen wir einfach mal nicht. Ich würde sagen, wir steigen da jetzt einfach mal rein. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier im Spiel und mal gucken, wir machen natürlich ein neues Spiel. Geladen hab ich noch gar nichts. Gehen wir auf normal, oder was? Weil wenn du jetzt nur leicht und normal hast, ist normal wahrscheinlich schwer. Oder? Gibt's einfach kein schwer. Das verwirrt mich, wenn man einfach kein schwer mit einbaut. Leicht, normal, schwer müsste es geben. Was soll denn das jetzt hier? Leicht macht man halt nicht. Leicht spielt man eigentlich nicht. Man geht direkt auf normal auf geht's. So, ich bin gespannt. Jawohl, normal. Ihr habt ja alle recht. Sie haben Post. Bericht von der Militärischen Versuchseinrichtung. Okay, wir kommen hier anscheinend doch in irgendwas Jurassic Park-mäßiges. Ich habe bisher keine Hinweise auf streng geheime Waffenentwicklung gefunden. Ah, da geht's doch. Okay, okay. Jedoch habe ich jemanden getroffen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Der Mann ist Dr. Kirk, der führende Energieforscher unseres Landes. Dr. Kirk war angeblich in einem Unfall während des Experimentes vor drei Jahren umgekommen. Das ist schon sehr aufwendig. Seine Nachrufe waren offenbar verbrüht erarbeitet. Das ist sauschwer zu lesen. Habt ihr das auch so, dass das so ganz komisch flackert? Was den scheinbaren Tod angeht, so scheint er, als hätte er... Okay, es geht auf jeden Fall um ein Mysterium, das Dr. Kirk eigentlich tot sein sollte, es aber nicht ist. Und auf dieser Insel ausgemacht wurde. Auf der er bestimmte Experimente durchführt. Dr. Kirk stellt die ultimative Quelle sauberer Energie her. Dinosaurier-Energie oder was? Mit was? Mit den 14? Regierung streicht die Finanzierung, Labor schließt. Das sind jetzt hier die Zeitungsartikel. zu Dr. Kirks Vorfällen. Tragischer Unfall. Dr. Kirk stirbt nach Unfall während eines Experimentes. Okay. Okay. Ihr sagt mir das, auch wenn das mit dem Ton nicht mehr gut passt. Wenn das Spiel zu laut ist oder ich bin zu laut, müsst ihr mir das einfach sagen. Die Story ist schon mal interessant, ja. Ich bin auch mal gespannt, worum es da jetzt im Großen und Ganzen geht. Spiel minimal leise, alles klar. So, besser. Ja, besser. Alles klar. Okay, cool. Ist das jetzt im Prinzip nicht so eine Resident Evil Story? Dass irgendwo bestimmte Vorfälle oder Vermutungen sind. Jetzt kommt da eine Einheit auf die Insel und ich könnte wetten, dass das nicht allzu gut ausgeht. Der sieht aus wie Albert Huesca. Sorry, bin spät dran. Ja. Was ist mit Cooper? Vergiss ihn. Zeit ist auf. Warte, warte! Oh, da haben wir doch Cooper. Cooper scheint irgendwie ein bisschen falsch gelandet zu sein, ne? Ach du Scheiße. Yo, ist das Vieh groß. Ja, da hast du aber keine Chance mehr, lieber Cooper. Ei, 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 ei. Tja, in Jurassic Park 3 Sau cooler Shot. Sau cooler Shot. In Jurassic Park 3 ist ein Cooper gestorben, weil der Spino ihn getötet hat und hier ist ein Cooper gestorben, weil der T-Rex ihn getötet hat. Nennt eure Kinder nicht Cooper. Das geht nicht gut aus. Okay. Das ist der erste Checkpoint. Spielzeit ist offiziell over, Kinders. Ja, wahrscheinlich haben die Wachen eine Party gefeiert. Es muss immer ein Trottel im Team geben. Ganz wichtig für die Geschichte. Bleib hier, Junior. Lass die Garten zu mir. Aber du merkst schon, dass das Spiel von den Machern von Resident Evil ist. Abgesehen von der Grafik und von der Steuerung später. Auch die Grundgeschichte ist jetzt nicht so anders als die von Resident Evil. Die kommen an einen Ort, der verwittert ist. Man weiß nicht, was passiert ist. Ich schätze mal, Saurier sind irgendwann ausgebrochen. Und es geht um Forschung. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Ja, am besten wir trennen uns. Das ist eine super Idee, finde ich. Super geile Idee. Und ab geht's mit Dino Crisis. So, die ersten Schritte machen wir jetzt. Und es ist so, dass ich jetzt mal gespannt bin. Es ist tatsächlich die Panzersteuerung, natürlich. Aber die Kamera geht wenigstens mit. Und ich kann es nicht mit den Sticks steuern. Ich muss dazu jetzt wirklich die Joypads nehmen. Wie kann die Dame denn reden? Sorry, ey. Der untersucht gerade Blut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal hier. Okay. Ich glaube nicht, dass diese Gäste nichts gefangen haben, bevor sie geschlossert und geschlossert wurden. Alles, was sie schießt, kam in durch da. Und rief durch die Stilfense. Well, das Kugel ist schön und clean. Aber ich würde trotzdem sagen, dass du das gemacht hast. Sehr lustig. Wir müssen trotzdem herausfinden, was hier passiert ist. Weiter, die Region zu schrauben. Und haben die Wissenschaftler und die Sicherheitsleute auf der Insel getötet. Was haben wir denn da? Das ist wahrscheinlich Munition. So, wartet mal. Wie kann man denn schießen? Ah ja, ah ja, warte mal. Das ist ganz cool. Es gibt eine Taste zum schnell umdrehen. Das ist sehr wichtig. Bin da mal weg und mache Hausaufgaben. Ja, alles klar. Schön, dass du mit dabei warst und viel Spaß bei den Hausaufgaben. Eine Schnelltaste zum Umdrehen ist echt gut. Okay, sie schießt cool, wie sie ist, nur mit einer Hand. Ist okay. Aber wie schießt sie denn? Ich sollte vielleicht keine Munition verschwinden. Equipment. Pistole mit 17 Schuss. Stimmt das so? Ja, ne? Ja. Und da kann ich später auch noch andere Munition reinstecken scheinbar. Ist ganz cool gemacht. Ist ganz cool aufgebaut. Okay. Mit dem B-Hilfsgeneratorraumschlüssel verschlossen. Ah ja. Ups, das wollte ich nicht. Sorry. Wir brauchen also den Schlüssel davon. Der kann ja nicht allzu weit weg sein. Wir haben jetzt hier einmal eine Tür. Die wird noch nicht aufgehen, weil er davor steht, denke ich mal. Das ist so die letzte Tür in diesem Areal. Also, die kann doch durchgehen. Oh. Ins Materiallager direkt rein. Kann ich hier einfach so Sachen aufnehmen? Moment. Nichts brauchbares. Okay. Zementsäcke gestapelt. Damit können wir höchstens Saurier einzementieren. Da oben ist wieder was. Da haben wir einen Schlüssel. Ey. Objekte. Die B-Hilfsgenerator-Bereich in das Erdgeschoss sind auf ihn geritzt. Ja, das ist doch das, wo wir vorhin hinwollten. Ne, wir behalten den aber mal. Wie komme ich jetzt an diese Kiste da oben ran? An dieses was auch immer das sein soll. Können wir das hier verschieben? Ah ja. Aber ich müsste auch klettern können, oder? Sonst könnte ich das ja gar nicht kriegen da oben. Das übliche Zeug zur Unterhaltung und Einrichtung. Nichts brauchbares. Du sollst es auch einfach nur da hochklettern. Aber sie macht es nicht. Kann ich das Ding hier benutzen? Scheint nicht zu funktionieren. Also nein. Okay. Ich meine, wir werden hier mit Sicherheit auch an andere, ähm, nochmal zurückkommen an diese Orte. Dass wir immer wieder an alte Orte zurückkehren. In dem Fall würde ich einfach mal sagen... Ich lasse es erstmal... Ah, ich kann es einfach so nehmen. Ach, komm ey. Da musst du erstmal drauf kommen. Verleiht ein neues Leben mit voller Kraft. Muss ich das aber selber aktivieren, oder? Äh, stoppt Blutung. Wir können also auch bluten. Boah, das wird ja scheiße. Ui, das wird ja kacke. Medizin zur Stärkung, also zur Heilung. Und das ist Wiederbeleben. Ah ja. Ich bin gut ausgerüstet. Finde ich. Ja, okay. Den können wir nicht benutzen. Mit einer Hand schießen. In echt wäre der Arm gebrochen. Ja, bei einer Handpistole ist der Rückschlag so krass. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die mit Maschinengewehren so schießen. Es gibt ja wirklich... Es scheint ja trotzdem zu gehen. Du triffst damit dann einfach nur nicht. Du meinst, wie schwer die Waffen sind. Ja, 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 doch, doch, doch. Also, ich habe im Verwandtenkreis ein bisschen enger... Also, nicht engerer, sondern ein bisschen weiterer Verwandtenkreis. Habe ich jemanden bei der Polizei? Ähm. Doch, doch. Ich weiß, wie schwer so eine Waffe ist. Wieso gibt es in Deutschland keine geilen Wasserparks wie in Amerika? Das ist meine Rede. Das sage ich schon so lange. Ich liebe Wasserparks. Und hier gibt es einfach so gut wie gar keinen. Wer hat denn das gerade geschrieben? Danke. Chris Mix. Einfach aus dem Nichts über Wasserparks aufgeregt. Richtig cool. Ja, du läufst ja nicht permanent so dann rum mit der Waffe. So, natürlich ist die halt schon schwer, aber... In der Regel, wenn alles gut läuft, benutzt du die gar nicht. Wenn es scheiße läuft, dann benutzt du sie einmal. Weil so viel weiß ich auch, dass bei der Polizei, wenn es immer heißt, ja, die hätten auf die Beine schießen sollen. Nee, bei der Polizei bekommst du beigebracht. Wenn du einer tödlichen Gefahr gegenüber stehst, dann schießt du auf das, was du am ehesten triffst. Und das ist eben der Brustkorb. Mit einer Hand, keine Ahnung, man schießt nicht. Das ist ja wohl einfach nur, damit sie cool aussieht, oder? Guck dir das doch mal an. Oh, ich bin so cool, ich bin so toll. Ich wasche mich oft mit per Woll. Also die muss ich gar nicht über ihn aufregen, weil sie ist auf jeden Fall viel Pseudo-cooler. So. Der Raum der Wachen, er ist dunkel und es scheint niemand da zu sein. Die sind wahrscheinlich auch einfach nur tot. Sorry dafür, ich muss die Steuerung erstmal so ein bisschen abchecken. Ja, ich hab's drauf erstanden. Jetzt kommen wir aber auf jeden Fall hier rein, oder? Sekunde. Oder wir müssen... Ach nee, das ist ein Objekt. Das war kein Dings. Da haben wir die Objekte. Ähm... Da haben wir doch. Schlüssel. Nutzen. Okay, dann ist das hier nicht der Schlüssel. Das hieß hier auch irgendwas von Erdgeschoss eben, ne? Dann lasst uns doch mal nach einer anderen Tür schauen. So, hier waren wir jetzt schon gewesen. Eventuell können wir jetzt hier zu unserem anderen Kollegen zurückgehen. Ah ja. Auch nicht. Okay. Gut, das hier... Gut, das hier... Kann es sein, dass solange der Strom aber nicht funktioniert, die Saurier noch eingeschlossen sind und dass wir jetzt damit ganz viele Türen öffnen, wenn wir das anmachen? Kann das sein? Ja, okay, das ist doch ein Arsch. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich möchte aber nicht, ich möchte jetzt mal dahin, wo der ist, Leute, es kann doch nicht so schwer sein. Na gut, dann mach halt allein, Rick. Das geht eh in die Hose. Ich könnte dir helfen, ich könnte dir helfen, indem ich einfach so richtig cool so in den Raum reinkomme. So richtig übertrieben cool. So richtig übertrieben cool. Okay. Wir gehen mal hinterher hinter unseren Mannschaftsanführer. Gucken, was er jetzt will. In Italien gibt es geile Wasserparks. Es gibt oft geile Wasserparks. Ich glaube, es gibt sogar in der Nordsee geile Wasserparks. Das wäre doch noch in Deutschland, aber... Ich glaube, das ist sogar, was ich jetzt meine, in Holland gewesen. Du schießt im Regelfall nur mit einer Hand, wenn du eine Taschenlampe in der anderen Hand halten musst. Das ist halt hier, weil die cool dastehen soll. Ich meine, bei Resident Evil schießen sie ja auch nicht gerade viel uncooler. Immer die Waffe auch noch schön schräg halten, damit du wie im Ghetto rüberkommst. Ist natürlich alles Bullshit. Kann man nicht einfach ein Licht dran bauen lassen? Das wäre zu einfach. Kannst du mal eine Jurassic Park World Film Reihenranking machen? Würde mich interessieren. Wenn ich mit dem Todesranking fertig bin. Da bin ich ja auch noch mittendrin. Die halten sowas einfacher. Die haben sowas, ja. Bei normaler Polizei ist das maximal an der MP5 und das aber auch schon ausgestattet. Ja. Moment, was haben wir denn hier? Können wir jetzt? Das ist, glaube ich, der Ausgang, wo wir hergekommen sind. Also der Eingang. Der zum Ausgang wird, wenn du da raus willst. Beschränkter Zutritt. Ah ja. Das war der Schlüssel, den wir bekommen haben, oder? Sehe ich das falsch. Zum Hilfsgenerator. Ach komm ey, als ob da jetzt nichts passieren würde. Das ist ein viel zu langer Gang dafür, dass da jetzt einfach nichts passiert. Oh Gott. Auf dem Rückweg. Ne, jetzt schon, echt? Oh. Oh. Dem geht's gut, komm. Das ist sau pietätlos. Was für eine dumme Ziege ist das denn, ey? Ah ne, wir haben noch gar nichts anderes, ne? Wir move'n einfach mal on, komm. Wir gehen mal hinterher. Ich glaube, wir sind nicht mehr allzu weit vom ersten Dinosaurier entfernt. Bin mal gespannt, was es hier sein wird. Ich akzeptiere Spenden für einen geilen Wasserpark an der Ostsee. Ich sammle echt Spenden für Wasserparks in Deutschland. Ich sag's dir. Ja, Pflaster drauf und dann geht das wieder. Die stellen sich immer so an. Nur weil dir der Unterkörper fehlt. Gott. Okay. Okay, der Generatorraum und hier flackert's ein bisschen. Was haben wir denn da? Ein Batterieladegerät. Wenn ich die Batterie hier einsetze, kann ich sie laden. Schlau. Sehr clever. Okay, was haben wir jetzt hier? Drei Schalter, vier Schalter. Es riecht hier nach Rätsel. Oder bin ich das? Ne, es riecht hier wirklich nach Rätsel. Da sind vier Schalter, meine Liebe. Willst du ihn betätigen? Es sind doch vier, oder bin ich blind? Ist ja auch egal. Pflaster mit Dinos drauf hatte ich früher ganz viele. Also, was heißt, ich hatte die. Ich hab die früher verlangt. Nichts ist passiert, okay. Lustigerweise, ganz coole Geschichte ist, dass mein Bruder, der hatte, also unsere Zimmer waren eben nebeneinander, ne, in unserem Elternhaus. Mein Bruder hatte immer eine Dino-Tapete. Also bei dem waren wirklich Dinosaurier an der Tapete dran. Und ich hab da immer gesagt, ich find das unfair. Ich hätte das auch gerne. Lustigerweise, wenn du älter wirst, dann findest du das gar nicht mehr so geil. Und ruckzuck ist dann auf einmal die coolen Dinosaurier-Tapete gar nicht mehr so geil gewesen. So, was muss ich jetzt hier machen? Wir schauen erstmal ganz kurz hier rein. So, dort sind drei Knöpfe, die zufälligerweise dieselben Farben haben wie die Schalter. Hm. Welche Knöpfe drücken? Links. Welchen Knopf jetzt drücken? Keine Ahnung. Mitte. Ah, ich berg, ich berg. Rot, Blau, Grün, Weiß. Rot, Blau, Grün, Weiß, oder? Scheint mir sinnvoll zu sein. Wir probieren das Ganze mal aus. Optimal. Der Brachiosaurus der Säugetiere. Ja, aber der hat so komische Hörnchen. Warum haben die Kamele, wollte ich gerade sagen. Wieso haben Giraffen so Hörnchen? So, der Generator ist an. Aus Jurassic Park wissen wir, dass es immer eine gute Idee ist, den Strom anzuschalten. Oh, doch nicht. Wer hätte das erwartet, dass auf einmal seltsame Sachen passieren? Ja. Ja. Ah, ich liebe solche Spiele, ja. Ich liebe nostalgische Spiele. Ich würde mir so gern 90er Jahre Zimmer irgendwo einrichten. Vielleicht nächstes Jahr. Mit ein bisschen, bisschen, mit ein bisschen Glück ziehen wir dieses Jahr nämlich sogar noch um. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das hier vorstellen, wird das schon ziemlich nice werden. Hab mal was davon gehört, dass die dazu benutzen, um sich mit anderen Giraffen zu unterhalten, wie Wale. Ist das so? Kann das mal jemand googeln? Das hört sich auf jeden Fall irgendwie schlüssig an, aber auch irgendwie sehr krass. Aber Tiere haben generell ziemlich krasse Gadgets, ne? So, die haben wir alle gar nicht. So, Fische, die sich unsichtbar machen können. Quallen, die einfach nicht sterben. Hunde sehen einfach Sachen, die wir nicht sehen. So, keine Ahnung, ey. Der Hund, der spürt auch einfach, wenn ich mir wehtue. Ja, ich meine, ich bin echt toll patschig. Und hab mir gestern erst den Fuß angehauen. Und dann kam er auch angetackelt. Obwohl das auch sehr laut war. So, wir haben jetzt gestern. Gestern haben wir das hier schon mal gemacht. Und da hab ich den Raptor abgeknallt. Können wir auch einfach von dem flüchten? Das checken wir jetzt nämlich mal ab. Weil der Arsch kostet natürlich Munition und auch Leben. Ich hab noch mein Messer in der Hand, sehe ich gar nicht auf mich. Ich hab ne Knarre. Oh mein Gott! Ähm, boah, ich liebe Panzersteuerung. Das ist so cool. Lauf in dein Leben! Ja, komm schon, wenn Claire in Heilheals wegrennen kann, dann kann ich auch so wegrennen. Könnte nachher noch problematisch werden, wenn ich hier nochmal her zurück muss. Und der rennt hier immer noch rum, dieser Vogel. Aber es geht anscheinend. Scheinbar kann ich vor den flüchten. Komisches Kamel. Du hast noch nie in deinem Leben einen Kamel gesehen. Genau so sehen Kamele aus in der freien Natur. Aha! Das ist gestern nicht passiert. Okay, das ist jetzt aber scheiße gelaufen. Das Kamel ist da drüber gehüpft. Ey, ich find sowas für so Spiele von damals ziemlich krass, wenn die verschiedene Szenarien entwickeln. Hätte ich ihn mal vorher gekillt. Aber gut, Kamele sind halt aber auch sehr, sehr wendig. Blute ich jetzt wieder. Steht wieder auf. Renn um dein Leben. Oh Gott, falter Knopf. Egal, wenn wir gerade hier sind. Sollten wir vielleicht mal ganz kurz nach unserem Equipment gucken. Nein, ich möchte ein Objekt nehmen. Wir brauchen Medizin. Wahrscheinlich, oder? Er hat uns gerade zweimal getroffen. Und wir spielen das ja auf normal. Das heißt schwer. Ich nehme einfach mal nichts. Aber ich hau ab. Au. Du kannst deine Waffen verlieren? Ja. Okay. Okay. Keine Panik. Ich hab das alles noch voll hinter Kontrolle. Ja. Wir nehmen das einfach mal. Und holen jetzt unsere Waffe. Und rennen dann durch die Tür. Alles klar. Okay. Seht ihr, wie das funktioniert? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Das war jetzt nur ein Test, um zu gucken, ob der auch wirklich aufpasst, der Velociraptor. Und. Ich hab meine Waffe wieder. Die wir auch gleich ausrüsten werden. Und dann wegrennen müssen. Komm schon. Mädel. Die rennt einfach nicht. Ich kann da nicht durch. Doch. Leck mich am Arsch. Ist das. Ist das heftig. Er kommt einfach überall hinterher. Ich muss ihn töten. Oder? Ne. Ich muss ihn nicht töten. Das ist aber schlecht, wenn der jetzt immer noch lebt, oder? Dinosaur. Oh mein Gott. Das ist aber auch so der Klassiker, ne? Jetzt glaubt mir wieder keiner. Und dann sterben sie alle nach und nach. Und dann bin ich alleine auf dieser Insel. Ich hab ne Karte bekommen. Ey. Die Karten, die mir nämlich zeigen, welche Türen verschlossen sind und welche geöffnet sind. Die sind sau hilfreich. Cool. Okay. Ähm. Ne. Ne. Lass mal ohne Karte ganz kurz. Ich will nämlich mal abchecken. Hier sind wir auch gestern reinmarschiert, meine ich. Das Kamelraptor liebt deine Videos, deswegen kommt er wahrscheinlich, er will ein Interview. Aber er hat mich gebissen. Und hier haben wir sogar schicke Fenster. Hallöchen. Diese Fenster schreien doch quasi nach, spring hier durch. Also wenn hier kein, kein, kein Raptor durchspringt, dann könnt ihr mich ab sofort Jörg nennen. Also wenn hier kein, 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017